Kann ich den Kindern etwa diese grüne Scheiße geben? Kommt mir bloß nicht damit. Das grüne Zeug ist besser als alle Filter, die ihr kriegen könntet. Wie ich schon sagte, keine Sorge. Ihr müsst es ja auch noch ein paar Monate nehmen, bis die Situation sich verbessert. Wie auch immer, lass uns später darüber reden. Okay, machen wir dann. Gut. So konnten sie also überlegen. Wegen diesem grünen Zeug, dem Straßenschutzstoff. Dann waren ihre Vorräte aufgemacht. Aber die Strahlung war noch da. Und das war's. Pass auf, jetzt ist alles noch. Richtig, danke. Ich bin in der Pandemie. Lass uns versuchen, nach unten zu gelangen. Lass uns die Schmerzen aufhören. Lass uns die Schmerzen aufhören. Wir gehen besser raus. 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 Wir gehen besser raus.